Moin Moin! Wir wären nicht das Angelresort, wenn wir uns nicht immer wieder was einfallen lassen würden. Wir haben nicht nur den meisten Fisch hier, wir haben sondern auch die meisten Aktionen im Norden. Es gibt eine Feierabendkarte ab sofort. Das Ganze von April bis Ende Oktober und in der Zeit von 16 bis 20 Uhr. Zwei Routen 15 Euro und dann habt ihr die Möglichkeit 4 Stunden wunderschön an unserer Anlage zu angeln. Ob ihr auf Störe angeln oder Wälse angeln wollt oder Forellen angeln, das spielt keine Rolle. Also zwei Routen 15 Euro, 16 bis 20 Uhr, 4 Stunden Karte. Das gilt ab sofort an allen Anlagen. Ja, jetzt seid ihr dran. Wir haben wieder was getan für euch und dann sieht man sich.